Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tippausgabe zu Forza Horizon 4, in der es heute um die besten Fahrzeuge im Spiel geht, die dich am schnellsten Levelaufstiege erzielen lassen, also am schnellsten Fortschritt im Spiel bringen. Und da diese in Forza Horizon 4 ja auch immer eng mit den Einflusspunkten verknüpft ist und diese wiederum von einigen Fähigkeiten abhängen, die du in der Freifahrt und in den Kampagnenrennen erzielst, zeige ich dir heute die besten Fahrzeuge, um am meisten Fähigkeitenpunkte im Spiel zu bekommen. Und aus über 530 Fahrzeugen, die ja mittlerweile in Forza Horizon 4 vertreten sind, hat sich am Ende eine kleine Elite von etwa 20 Fahrzeugen versammelt, die den gleichen Fähigkeitenbaumtypen miteinander teilen. Und was das Besondere an diesem Fähigkeitenbaum ist und woran du auf einen Blick erkennst, wenn ein neues Fahrzeug ins Spiel kommt, ob es eben diesen Fähigkeitenbaum hat oder auch nicht, das zeige ich dir gleich, damit du weißt, worauf es ankommt. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal an alle neuen Spieler in Forza Horizon 4 wenden, denn nicht jeder von euch weiß vielleicht, wofür diese Fähigkeitenbäume überhaupt gedacht sind. Diese Fähigkeitenbäume dienen dazu, um spezielle Bonusleistungen des Fahrzeugs freizuschalten. Das kann zum Beispiel ein anderes Fahrzeug sein, wie eine Forza Edition, das kann aber auch ein Geldgewinn oder ein Wheelspin sein. Das kann aber vor allem auch, und darum geht es im heutigen Video, eine Verstärkung für Fähigkeiten sein, die du in der Freifahrt oder in Kampagnenrennen ausführst. Und diese Verstärker, auch Multiplikatoren genannt, führen dazu, dass du bei der gleichen Fähigkeitenleistung viel mehr Punkte bekommen würdest, als mit jedem anderen Fahrzeug. Und das führt letztendlich dazu, dass du wesentlich schneller Levelaufstiege im Spiel erzielst und vorankommst durch Geldgewinne oder Wheelspins, die du dadurch freischalten kannst. Und damit möchte ich mit diesem Beispielmodell hier einmal starten, dem Maserati MC12 in der Forza Edition. Das ist ein Fahrzeug, das eben zu dieser Kategorie der 20 Fahrzeuge, der 20 besten Fahrzeuge gehört. Und ich zeige euch jetzt hier einmal an diesem Fähigkeitenbaum, was die Highlights sind, die letztendlich typisch für diesen Baum sind, den ihr auch bei allen anderen Fahrzeugen, die ich heute im Video zeige, finden werdet. Und das Erste, was in der unteren Reihe auffällt, ist das individuelle Soundsystem. Dieser Multiplikator dient dazu, während der Zeit, in der Fähigkeiten Lieder laufen, eure Fähigkeitenketten deutlich schneller hochzurechnen, also den Multiplikator deutlich schneller zu erhöhen, als es außerhalb dieser Lieder möglich wäre. Daneben möchte ich nochmal auf drei verschiedene Fähigkeiten eingehen, die ihr in diesem typischen Baum immer wieder finden werdet, an der gleichen Stelle. Und das ist zum einen die Fähigkeitenlegende, denn dieser Bonus gibt euch die Möglichkeit, den Multiplikator statt bis auf 5, auf maximal bis 7, bei einem Fahrzeug sogar bis 8 ansteigen zu lassen. Daneben gibt es das zeitlose Design, das die Fähigkeitenkette eine Sekunde länger am Leben hält und euch mehr Chancen bietet, noch etwas dazu zu addieren. Und zum Schluss das außerordentliche Handling, das den Multiplikator dreimal so schnell ansteigen lässt, wie normalerweise. Darüber hinaus gibt es in der obersten Reihe noch einmal einen Bonus für Kombofähigkeiten mit 30% und 50% Bonus auf alle Leistungen, die ihr in der Freifahrt erzielt. Ihr solltet immer, wenn ihr in Kampagnenrennen unterwegs seid, zudem den Kampagnenrennenbonus freischalten, denn dadurch bekommt ihr noch einmal extra Punkte. Und nun kommen wir zu den 20 Fahrzeugen, bzw. 19 bleiben jetzt noch übrig nach dem Maserati MC12 Forza Edition, die ich euch zeige, mit denen ihr mehr Fähigkeiten erzielen könnt. Und als erstes schauen wir uns den Ascari KZ1R, ein Fahrzeug, das ihr in der Automesse für 240.000 Credits kaufen könnt und hervorragende Handlingeigenschaften mit ausreichend Leistung für Rennen verbindet. Als nächstes kommen wir zum BMW M6 Coupé in der Forza Edition. Das ist ein Fahrzeug, das man ausschließlich über den Wheelspin gewinnen kann oder im Auktionshaus kaufen kann und das einen Drift-Bonus schon vorbelegt hat. Das bedeutet, es macht natürlich am meisten Sinn, dieses Fahrzeug auch als Drifter aufzubauen. Ein entsprechendes Tuning von mir gibt es im Shop runterzuladen, andernfalls könnt ihr natürlich auch jedes eigene Tuning dafür verwenden. Und damit kommen wir zum nächsten Modell, dem Ferrari GTC4 Lusso. Eines meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge derzeit in Forza Horizon 4 und ein CarPass-Fahrzeug. Was bedeutet, nicht jeder kann es kaufen, aber diejenigen von euch, die den CarPass besitzen, sollten sich dieses Modell auf jeden Fall einmal genauer anschauen. Neben diesem Exklusivfahrzeug gibt es aber auch ein Fahrzeug oder einige Ferraris, die für jeden zu kaufen sind. Zum Beispiel der Ferrari 512 Tesla Rossa aus dem Jahr 1992. Diesen gibt es bereits für 270.000 in der Automesse. Daneben auch der Ferrari F40, der deutlich teurer ist, für 1,2 Millionen aus der Automesse, aber vielleicht etwas günstiger im Auktionshaus zu bekommen ist, eignet sich auch hervorragend und ist eines meiner absoluten Lieblings-Ferraris aller Zeiten. Daneben haben wir auch den Ferrari Dino 246 GT, der vielleicht einigen nicht so bekannt sein dürfte oder die sie zumindest auch nicht so auf dem Schirm haben. Aber auch dieser hat den gleichen Fähigkeitenbaum wie die anderen Fahrzeuge, die wir genannt haben. Und damit kommen wir als nächstes zu den Honigen-Fahrzeugen und allen von euch, die gerne quer unterwegs sind. Der Honigen Gymkhana 10 Focus, den wir jetzt hier sehen, gibt es auch nochmal als Gymkhana 9 Ausführung. Beide haben den gleichen Fähigkeitenbaum und der eine ist eben nur als Vorsaton-Fahrzeug, der andere aber für jeden in der Automesse verfügbar. Daneben gibt es noch die beiden Honigorns. Ich zeige jetzt exemplarisch mal hier den ersten Honigorn, den wir schon im Spiel hatten, aber auch der Honigorn V2 ist genauso ausgestattet wie der hier zu sehende. Und der letzte aus der Honigen-Reihe ist der RS200 Evo, den wir jetzt hier noch einmal haben und der erst vor kurzem in einem Season Reward zu bekommen war. Allerdings jetzt immer seltener wird und vielleicht noch mit etwas Glück im Auktionshaus zu ersteigern ist. Und damit kommen wir zu einem Fantasy-Chaos dieser Reihe, dem Hot Wheels Riprod, der doch einige Anhänger, aber auch Feinde gefunden hat. Vor allem dadurch, dass der Season Reward, in dem er zu bekommen war, so unglaublich schwierig gewesen ist. Allerdings gibt es noch bis morgen zu gewinnen, also für diejenigen, die sich nochmal ranhängen wollen, bis morgen habt ihr Zeit, dieses Auto noch zu bekommen. Ansonsten natürlich wieder im Auktionshaus. Als nächstes ein James-Bond-Fahrzeug, der Jaguar CX-75 aus dem Film Spectre. Der eine oder andere wird ihn kennen und vor allem diejenigen von euch, die die Ultimate Edition oder den CarPass haben, könnte dieses Fahrzeug interessant werden. Dagegen der Jaguar E-Type S1 ist für jeden ein Scheunenfund gewesen, den es auf dem Mainland sozusagen zu finden gab. Entgegen dem Fahrzeug, das wir uns jetzt anschauen, denn das ist auch nochmal ein Exklusivfahrzeug. Der Aston Martin DB5 und zwar die James-Bond Edition hat speziell auch diesen seltenen Fähigkeitenbaum, den ich zu Beginn vom Video gezeigt habe. Und damit fliegen wir einmal rüber auf die Insel Fortune Island, denn auch hier gibt es den Lamborghini Aventa Toyota, der in diese Kategorie hineinpasst. Und dieser ist ein Schatztruhenfund, also alle von euch, die vielleicht die Schatzsuche Level C noch nicht abgeschlossen haben, könnte dieses Fahrzeug interessant werden. Der Wagen, der bisher in keinem lustigen YouTube-Video fehlen durfte, ist der PLP50 und hat einen Fähigkeiten-Multiplikator von 8 gegenüber 7 und ist damit tatsächlich das am stärksten ausgestattete Fahrzeug, was den Fähigkeitenbaum hier betrifft in diesem Spiel. Daneben gibt es aber noch den Porsche 997 GT2 RS aus 2012, der meiner Meinung nach deutlich schöner zu fahren ist und auch in der Automesse für 240.000 Credits zu kaufen ist. Zum Abschluss dieser Reihe gibt es noch den Renault 5 Turbo in der Forza Edition, den ihr jetzt hier noch einmal sehen könnt, der auch ein Wheelspin-Reward gewesen ist, aber natürlich auch ein Aktionshaus zu kaufen ist. Und damit schließen wir die Reihe, denn das waren alle Fahrzeuge, die diesen besonders guten Fähigkeitenbaum für euch haben und euch helfen, im Spiel schneller voranzukommen. Wenn ihr diese Fahrzeuge hier nutzt und auf eure Tuning-Bedürfnisse abstimmt, kommt ihr schneller im Spiel voran als mit allen anderen Fahrzeugen, die euch zur Auswahl stehen. Daneben gibt es noch einige Forza Editionen, die für ganz bestimmte Ereignisse zur Verfügung stehen, also solltet ihr dort schauen, welchen genauen Boost, wie zum Beispiel Credit oder Geschwindigkeitsboost, gibt euch dieses Fahrzeug und dann eben überprüfen, ob es für eure Zwecke geeignet ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch wie immer weitergeholfen und hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um auch zukünftig keine Tipps und News mehr zu Forza Horizon 4 zu verpassen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.